Zuschauer bereit und die Spieler sowieso, da möge die neue Saison beginnen. Jetzt ist die Scheibe drin, der verkürzt auf 1 zu 2. Und die Chance im Wüthrich mit dem Save. Da war Winsch mit dem Ablenker, Maroni trifft hier und das ist die Entscheidung. 2-2 Sieg für den SC Bern. Diri, wenn es ein Boxkampf gewesen wäre, ging er hier als hohes Sieger raus.